Musik Es hat alles mit FC Gundlach zu tun, also mein ganzer Werdegang. Musik Für mich ist er einfach die deutsche Ikone. Alles das, was Fotografie heute ist, in Europa basiert auf FC Gundlach. Der war eigentlich immer ein Visionär, ein großer Visionär der Fotografie. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.